Also es ist ein ca. 8-9 Meter breiter Krater im Agöttinger Forst und sehr schön erkennt man auch den Wall rundherum, die Wettel wachsen und den Moos Ja, das ist jetzt im Krater, man sieht da den Wall, sehr schön Das ist der Krater in Tornnitzel beim Magdus Und es beginnt gleich zu regnen Das ist der Krater in Nitterhausen, 17 Meter breit, mit Wasser gefüllt Und die Böschung ist 3 Meter hoch Und das Ganze jetzt von der anderen Seite Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal